Akzeptiert Ihr unbeaufsichtigter Automat bargeldlose Zahlungen? Bereichert Ihr Kartenleser das Verkaufserlebnis Ihrer Kunden und steigert Ihren Gewinn? Wir stellen ONIX von NIAX vor. Ein kontaktloser Touchscreen-Kartenleser und eine Telemetrie-Lösung in einem kompakten Gerät. Mit ONIX können Sie alle gängigen bargeldlosen Zahlungsmethoden akzeptieren. Unterstützung der Verbraucher bei schnellen und sicheren Transaktionen. Das kompakte, farbenfrohe Gerät fügt sich nahtlos in jede Maschine ein, führt den Verbraucher mit seinen farbigen Touchscreen, der Sprachinteraktion und den auffälligen LED-Leuchten. Der ONIX ist mit leistungsstarken Funktionen ausgestattet und ermöglicht es Ihnen, Ihr Unternehmen hinter den Kulissen jederzeit zu überwachen und zu verwalten. ONIX gibt Ihnen auch die Möglichkeit, Ihr Unternehmen zu vermarkten mit anpassbaren Werbeaktionen und Upselling-Möglichkeiten. Steigern Sie Ihre täglichen Umsätze mit Treueprogrammen, Rabatten und Anzeigen und geben Sie Ihren Kunden Gründe, immer wieder auf Ihre Maschine zurückzukommen. ONIX – mehr als man auf den ersten Blick sieht, mehr als nur ein Kartenleser. ARD Text im Auftrag von Funk 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 AGNEC OP